Und? Wie alt sind die Kleinen jetzt? Die Kleinen sind jetzt vier Wochen alt, die haben jetzt gerade seit einer Woche richtig zum Laufen angefangen und werden immer aktiver. Dann siehst du schon, irgendwann wollen die auch mal wieder runter und dann darfst du jetzt auch wieder ein bisschen laufen, ihr Kleinswerk. Du kannst bei der Oma laufen und bei der Oma mal schauen.